servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute mit ja ich sage mal überraschenden beziehungsweise sollte man überraschend sagen auf jeden fall mit schlechten nachrichten für blizzard nennen wir es so und zwar final fantasy 14 mmo überholt world of warcraft lautet eine überschrift die man aktuell bei google findet wenn man denn danach sucht und hat mich dann tatsächlich auch mal interessiert worum es denn da jetzt geht und jeder weiß oder die meisten dürfen wissen final fantasy 14 a real reborn ist auch ein mmo im final fantasy universum und hat scheinbar jetzt mehr aktive spieler als world of warcraft demnach final fantasy 14 2,5 millionen spieler ww shadowlands das muss man dabei auch unterscheiden 2,19 millionen spieler mehr steht hier leider nicht drin deswegen habe ich mal ein bisschen nachgeschaut und die seite dann entdeckt mmo populations heißt das gute stück was mich mal interessieren würde ohne jetzt in irgendeiner form keine ahnung zu sagen ich traue der seite nicht oder sonst was ich würde nur gern wissen wie sie ihre zahlen beziehen weil ww jetzt zum beispiel an und für sich nichts mehr preis gibt hinsichtlich abonnentenzahlen weiß nicht ob das dann irgendwie ausgewertet wird über keine ahnung aktivitäten m plus raids don't know weil sie auch noch beziehungsweise um das mal aufzudröseln wir haben einmal den rahmen total players was betrifft wie viele spieler haben sich jemal ein wo w account zugelegt und da sind wir bei 115 millionen menschen also das ist schon ziemlich krass einmal die zahl herauszufinden wusste ich zum beispiel nicht und dann aber auch die der aktiven aktiven spieler 2,19 millionen und daraus ergibt sich dann ein activity score was natürlich ein bisschen irreführend ist weiß nicht runescape hat mit 1,7 millionen activity score von 6 und wo w mit 2,2 millionen nur ein von zwei das ist aber darauf zurückzuführen so wie ich das herausgefunden habe denn leider stand das hier nicht groß erklärt das wird ein bisschen ins verhältnis gesetzt zu active players zu spielern insgesamt und deswegen weiß ich nicht gibt schon ein bisschen aufschluss darüber wie viel da jetzt los ist aber bei ww im spiel was halt auch schon deutlich mehr lenzen auf dem buckel hat und auch mehr spieler gesehen hat nun ja aber nichtsdestotrotz sollten die zahlen stimmen ist final fantasy vor shadowlands das hätte man hier vielleicht noch dazu schreiben sollen denn classic wird extra geführt mit 1,7 millionen spielern würde man das jetzt wieder zusammenrechnen wären wir bei knapp vier millionen aktiven spielern für blizzard was ich aber auch ganz interessant finde dass wohl classic nicht mehr viel fehlt um genau so eine große player base zu haben wie es aktuelle retail ww also ich hoffe sollten die zahlen stimmen dass blizzard das mal als wahnzeichen nimmt eigentlich sollte man ja sagen konkurrenz belebt das geschäft deswegen mich persönlich freut mich wenn sich final fantasy einer so großen spielerschaft erfreut denn letzten endes ja das vielleicht auch was was ww lange zeit nicht gut getan hat dass keine ernstzunehmenden konkurrenten gab und blizzard sich ausruhen konnte vielleicht bringt das ja auch mal ein bisschen die verantwortlichen da zum nachdenken was wir auch noch haben hier gibt es eine top kategorie wo man noch mal alles ja gelistet sieht wir haben ja ein five year breakdown active players jetzt mal schauen wir kamen shadowlands war release ende januar ende november und dann den peak hatten wir im dezember mit über sieben millionen aktiven spielern da haben wir halt schon wieder richtig krass verloren dahingehend also ja kein wunder dass aktuellen wo wenig so viel los ist wenn dessen können wir uns das mal bei beispielsweise final fantasy anschauen mal schauen wo haben wir es denn das ist nicht doch das ist es das ist jetzt eigentlich seit einem jahr konstant am steigen muss man so sagen können auch noch mal das habe ich jetzt eben vergessen in five year breakdown machen und da hatten wir gesehen dass wir eigentlich zu shadowlands wie immer mit dem hinweis sollten diese zahlen stimmen sehr viele aktive spiele hatten die meisten seit langem aber nützt halt nichts wenn alle wieder das interesse verlieren nun gut bleibt jetzt abzuwarten schauen wir mal wie sich das ganze in den nächsten wochen monaten und so weiter entwickelt ich würde mich freuen wenn wo ww oder die entwickler von wo ww das ganze mal ein bisschen als arschtritt ansehen den hintern hoch kriegen und was für tun damit danke fürs zusehen wenn euch das video gefallen hat lasst gerne ein like und ein abo da aktiviert die glocke und damit bis zum nächsten video reingehauen